Der, ohne den das alles überhaupt gar nicht da wäre, nämlich der Komponist Thomas Dosch, den Sie auch nachher noch sehen werden. Die Technik, also die Techniker, slash Ihnen des CCV und die vielen Damen und Herren rechts und links, die schon etwas älter sind als 14, nämlich alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mir hier wunderbar geholfen haben. Da bitte jetzt wirklich einen Applaus. Dankeschön. Und ich vermeide bewusst das Wort Kinder, weil was die geleistet haben, ist so phänomenal, dass man einfach nur sagen kann, die jungen Damen und Herren. Wir haben zehn Tage geprobt, es sind 14, ich sage jetzt das neu hochdeutsche Wort für Lieder, nämlich Songs. Und dazwischen erleben Sie noch ein paar kleine Informationen, die Ihnen die Kinder geben, also die jungen Damen und Herren. Sie sehen ein bisschen einen, sozusagen einen Dear-Bericht über das, was wir in diesen zehn Tagen erlebt haben. Die Musik ist wunderschön, aber nicht einfach, kann ich Ihnen sagen. Und ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung und uns allen toi, toi, toi für eine ganz eine gelungene Vorstellung. Jetzt komme ich aber zum eigentlichen Grund, wieso ich hier herausgekommen bin. Wir haben es geschafft, in zehn Tagen Proben kein einziges Handy klingeln zu hören. Wir würden das wahnsinnig gerne auch die eine Stunde und 15 Minuten hier jetzt schaffen, meine Damen und Herren. Denn die Kinder kommen rund und nehmen Ihnen die Händes weg. Also, haben Sie noch Händes, die klingeln können, dann schalten Sie sie bitte aus. Dankeschön. Ja, ich glaube, jetzt klappt es. Gute Unterhaltung, viel Spaß, danke dem karinthischen Sommer, dass wir hier arbeiten durften. Und jetzt wünsche ich uns einfach nur mehr toi, toi, toi und gute Reise. Danke. Gute Unterhaltung, viel Spaß, danke. Gute Unterhaltung, viel Spaß, danke. Danke. Gute Unterhaltung, viel Spaß, danke. Gute Unterhaltung, viel Spaß, danke. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir fahren in die Ferien, in einer Stunde kommt der Bus, in einer Stunde kommt der Bus. Untertitelung. BR 2018 Wir fahren in die Ferien, in einer Stunde kommt der Bus, in einer Stunde kommt der Bus. Untertitelung. BR 2018 Wir fahren in die Ferien, in einer Stunde kommt der Bus. Untertitelung. BR 2018 Wir fahren in die Ferien, in einer Stunde kommt der Bus. Untertitelung. BR 2018 Wir fahren in die Ferien, in einer Stunde kommt der Bus. Untertitelung. BR 2018 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 Das war's. 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 Schnell, die Zeit stich still, die Sterne spiegeln sich im Meer. Das Schiff schreit hin, man spürt es kaum, im weichen Licht, das Schiff schreit leer. Das Schiff schreit hin, man spürt es kaum, im weichen Licht, das Schiff schreit leer. Das Schiff schreit hin, man spürt es kaum, im weichen Licht, das Schiff schreit leer. Das Schiff schreit hin, man spürt es kaum, im weichen Licht, das Schiff schreit leer. Das Schiff schreit hin, man spürt es kaum, im weichen Licht, das Schiff schreit leer.